Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket League mit Nils, Dalu, Liquid, TauTau, CrabSwan und mir. Oh, und ich... Wacklack. Schönes Ding Nils. Oh. Hab ich nie geblockt, aber... Hast du gut gemacht. Ja, ich hatte leider kein Turbo, war nicht schlecht. Oh, da mit dem... TauTau war der Erste, der da flog. Uh. Hat Nils, hat Nils. Hab ich. Oh, wie geil. Der war. Der war schön. Das war so ein geiler Pass. Wie kam er da echt gut entgegen. Wer ist da hinter mir? Ich. Wir stehen halt im Tor, ne? Achso. Ja. Echt? Ja, TauTau steht im Tor. Ich stehe im Tor. Und dann fahren wir beide raus. Dann fahren wir beide raus. Da bin ich noch vor. Ja. Ist ja jetzt nicht so, als wäre es das Eltenheit, dass ich im Tor stehe. Ja, ja. Ich habe noch nicht gesehen gehabt, dass du mit mir ein Team bist. Tut mir leid. Schön Nils. Einfach nur oben halten. Will ich den Ball hochhalten? Ne. Müsste von vorne anfangen. Ah, der ist so schwer. Ja. Und dran. Oh Gott. Schön Nils. Ja, ja. War genauso geplant. Der war das. Den krieg ich nicht. Ich drück immer noch die falsche Taste. Jetzt mach mal das Scoreboard auf, wenn ich dieses Scheiß flippe. Ja, ich habe... Nein. Passt die Belegung geändert, ja. Wohin denn? Nein, nein. Alles gut, alles gut. Nein, ehrlich. Ich hätte ihn einfach dann gegen die Wand geschlagen. Danach mit dem zweiten. Ja, hatte ich auch vor. Alles gut. Wenn du eh am schnellsten bist und den Ball mitnimmst, dann kann ja eh nichts passieren. Du musst ihn halt nur treffen dann, ne? Geh weg da. Nur Nils für, äh Liquid für Unsichern hier. Schön. Schau mal dieser Torwart da hinten drin. Soah die grabs. Da war schön. Guter Schuss. Wundervoll. Stau, Dau was machst du am Glückschel? Für den Kopf grabs. Ne ich sprach gerade weg, weil ich den Namen kaum auf dem Spielfeld sehe. Ich versuche irgendwie, dass ich besser werde. Ja, einfach üben. einfach nicht das war auch jetzt das war nicht nur generell wir versuchen sie auch wir versuchen sie auch nur witzig aufzuziehen dass nils schlecht ist eigentlich manchmal sehr auch ernst aber es ist auch nicht so dass irgendwie das eine ernst nehmen dass du schlecht das solltest du ernst nehmen würde was ich habe meine show gewandt als ein tor schießt dass ich da mitten im geschehen bin hier was da war ich kann ja vorlage das muss halt auch irgendwann ein pass an sonst ist jeder ball den mann berührt der danach im gegenspieler gemacht der vorlage für den gegner der war schneller als ich oh der kommt kacke obwohl mich nils davor noch hier noch weg drückt der penner das ist trotzdem schneller jetzt Ich hab mich so gebremst! Crabz hat mich weggereicht! Ich hab abgeschirmt! Ich hab abgeschirmt! Das war ich. Also abgeschirmt, ja. Problem. Oh, TauTau. Ja, sorry, ich bin irgendwie auf dem Dach gehandelt. Konnte nichts machen. Das ist noch mal spannend. Wui, der kam gut. Kein Problem. Aus der Seite halt ich mal. Schön. Ich stopp ihn hier! Nein! Danke! Der Torwart kommt dann. Alle waren ja in die Richtung unterwegs. Ja, ich bin ihm hinterher gefahren. Deswegen hab ich ja gesagt, ich stoppe. Dann war ich schon weg. Ich muss es sehen, wenn noch mal treffen. Ansonsten Overtime. Oh nein! TauTauTauTau ist noch dran! Nils kommt noch! Hahaha! Ui! Ah, knapp. Er hat ihn nicht berührt. Nee! Kommen an! Ja, aber... Ab nix. Gut! Fittig genug. Ah! Habe ich für Dalu gelassen. Nein, nein! Das war ganz scheiße! Weil Link wird immer schneller! Ja, ich hatte aber hier keinen Bus mehr, leider. Grüßt euch, Leute! Schaut euch! Nein! Können wir gerade los? Ja, irgendwann geht mal auch der Boost aus, ey! Du kannst nicht Tower of Aries machen! Nein! Aha! Heise, ey! Ist dick noch berührt! Aber eigentlich wollte ich höher springen! Oh nein! Ich spring zur Seite! Schön! Ist dann durchgetaucht! Ne, an der Seite weg! Ja! Cool! Das war ganz schön knapp! Ach ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, langsam wird es bei mir auch mit den Aerials irgendwie so gut. Auch vom Timing her, dass ich... Beispielsweise wenn du so zweimal dieses Duell hast, um so einen Ball in der Luft, geht es ja oft so, dass du einfach dann den Kürzern ziehst, aber... Was sind das eigentlich für voreingestellte Teams? Jetzt musste erst Nils, einer mit TauTau und Krabs, dann Liquid und jetzt ich. Stimmt, TauTau und ich haben noch nicht zusammengespielt, das ist passend. Aber schwer zu nehmen. Ja, zumindest nochmal oben drüber. Komm schon! Ah! Nix ist noch da. Oh Gott! Alles gut! Alles gut! Oh nein! Oh nein! Komm Leute! Kämpft! Schön! Oh ja! Okay! Aha! Wundervoll! Ja, das war nur, dass du nicht zwischen Nils und Ball kommst. Dass du den Buß kriegst, war mir egal. Da hast du nämlich TauTau da weggehabt. Nee, ich hätte ja keinen Buß gekauft, von daher. Ohhhh! Alle gefahren! Ne, ich bin nicht gefahren. Wenn alle zum Ball gehen. Ah, ihr habt den Sprung nicht, also du hast jetzt den Sprung nicht gemacht. Deswegen ist aber Dähchen weggerollt. Aber trotzdem, aus dem Grund würde ich immer sagen, auf unserem Skill Level 2 zum Ball. Ne, alle zum Ball und alle die Rolle. Dann blockt er sich ja. Also wenn das einer ist, dann ist das immer so blöd, wenn, dann ist das relativ wahrscheinlich sogar, dass der so an die Bande an der Seite klatscht, dass der unhaltbar wird. So mit einem Scheißwinkel. Ah, toll, ihr habt alle gefahren, aber TauTau kommt! TauTau ist da! Weil ich hab auch nicht getroffen. Da wollte ich gucken, was Nils macht. Okay, dann dachte ich, okay, jetzt ich und dann hab ich auch den. Aber TauTau war da. Das ist aber oft, wo du so Bälle verhaust, einfach weil du damit rechnest, dass der andere die trifft. Ja, ja. Die Rolle war ein Einfall. Der macht nichts. Boah! Der war ja ein klassischer Nils. Ja, Liquid? Nee, Liquid ist noch hinten Shit. Okay, mal schauen, kommen wir da dran? Nee, nee, nee! Ganz schlechter Winkel. Hat ja jeder gesehen, was die da vorhaben. Ich hab das so nach rechts gezogen. Ah, du Männer! Ich bin ja am Zaubern! Ich geh nicht auf den Ball. Ich geh nicht auf den Ball. Ich geh nicht auf den Ball. Oh, wa! Oh! Das ist auch manchmal so verpackt, ne? Wenn ein Teammitglied so knapp am Ball vorbeischießt und zuckst. Ach, du hast sogar getroffen. Okay. Nicht getroffen. Der war unmittelbar knapp vorbei. Nils, der rammt mich einfach. Das ist eh das Beste. Einfach scheiß drauf, wo der Ball hingeht. Einfach auf den Typen. Da kann er gar nicht hinterher. Aber... Da! Da! Na! Ich hab fast noch da, du mit reingeschossen. Bleib hier drin. Ach, Conor, dann hättest du dich nicht berühren können. Ne, ne. Ne, ne. Da ist keinem Tor gerade bei denen. Naja, ich bin einfach zu spät losgeflogen. Das war die falsche Richtung. Ich hab ihn getroffen. Ja, war die falsche Richtung. Ist mir egal. Ist da jemand? Ja, wir fliegen. Gehen. Oh Gott. Ach, dann dreht ihr mich auch noch um, ihr unsportlichen Säge. Unsportliches Verhalten. Nein. Ah, lecker. Ihr wollt auf dich wehen. Jetzt. Aber gut, dass du ihn gemacht hast. Ich glaub, Nils hat ihn weggeschossen. Nee, ich wollte ihn ja nicht weggeschossen. Ich wollte nur Dalu wegrammeln. Achso. Ich dachte, dass meiner eventuell reingehen würde. Ich hab nicht gesehen, dass der nur an Pfosten ist. Aber gut, dass Liquid da noch war. Boah. Oh Gott. Ja. Bleib bei sowas einfach auf der Linie stehen oder geh halt zum Ball hin. Weil dieses andere schießt du wie jetzt hier so zwischendrin und kannst nichts machen. Also wieder verteidigen. Der war aber nicht schlecht. Nee, der war gut. Ja, das ist wirklich gut. Da hatte ich auch nicht gedacht, dass er überhaupt noch drankommt. Der Sachse ist ja nicht da. Ja. So wollt ihr hier gewinnen, ja? Sollt ihr das hier laut? Ja, abgelegt? Nein, das war nicht abgelegt. Aber ganz schön weit nach außen abgelegt. Abgelegt im Netz. Also in der Umfeld. Guck mal bitte. Na doch nicht wirklich. Jetzt aber. Oha! Hinterher! Angreif! Das war Liquid hier. Wo ist das? Nee, nee, nee. Ich fahr da schon Schlange. Ich nehme dich schon aus. Nein, der zerstört mich Toto einfach. Ganz böses Fahrer. Warte, das ist ja gut Gaming. Sorry. Nein. Der Wain ist rein. Aber vorher ganz gezielt. Verzieh dich Toto. Oh Gott. Niemals. Fast nice. Ich habe ihn beworben. Boah, ich... Sowohl Crestor als auch Toto dann weggekommen. Du bist doch Schuppte. Die Stausen halt die ganze Zeit. Nein. Nein. Alter, ich habe ihn doch nochmal geblockt. Gut. Nein. Gut, gut, mach das. Alle im Tor. Ball zum Glück ja auch. Der war nicht schlecht. Mann. Unglaublich. Immer diese Foulspiele. Sehr schön. Ja, dann vielen Dank bis zu sehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.